hallo zusammen willkommen zu adventskalender unboxing oder opening türchen opening nummero vier wir haben heute den vierten dezember gestern habe ich den anfang gemacht mit dem schoko adventskalender heute ist wieder der hier als erstes kann die bilder jetzt muss ich noch mal schauen wo die vier ist doch steht gar keine doch da steht den zahlen das ist sogar nicht da oben mega gut getarnt der sieht man kaum also das ist schon echt also tarnung ist alles hier muss ich von der richtung dran was haben wir da so ist es offen eine glocke es sind aber so schön gemalt die bildchen in diesen kalendern finde ich süß ich mag das ich mag diesen malstil total gerne so sieht so aus wie mit wasserfarbe oder wie mit copics irgendwas so so marke mit pinsel dran gemalt was war dann schon mal die erste tür und hier haben wir die vier bei der schokolade heute da jetzt nicht aufstellen will da gucken wir jetzt mal was das rentier unterm arsch hat jetzt muss ich noch mal gucken dass ich das aufkriege und drin ist irgendwas weißes heute ich muss mal wieder umdrehen das da ist drin da komm mach mal stell mal scharf hier jetzt habe ich die letzten tage den autofokus von der kamera so gelobt jetzt sieht aus wie ein kleiner berg gab es doch auch mal dieses war ich wieder werbung wenn ich das so sage aber nein ich will nicht ich weiß nicht ob sie überhaupt noch gibt aber es gab immer kennt ihr noch diese diese werbung von wegen montellino kleiner berg mit weißen gipfel da war ich aber noch relativ jung ich weiß gar die gibt es gar nicht mehr daran erinnert mich das ganze ein bisschen ist auch etwas cremiges drin was könnte das sein schokolade ich komme halt nicht geschmacklich drauf ich habe jetzt auch wieder irgendwas nussiges nougat mäßiges dahinter vermutet gucken wir mal was das wirklich ist vanillecreme gipfel das da also ich muss jetzt sagen nach vanille hat es jetzt eigentlich gar nicht unbedingt geschmeckt ne nicht so richtig also vielleicht so ein ganz kleines bisschen aber das schmeckt kaum raus also da schmeckt der schokoladige definitiv mehr raus es schmeckt nicht schlecht aber das hätte ich jetzt nicht erraten also heute lag ich daneben letzten dreimal habe ich ja getroffen also ganz gute quote hier momentan noch eine trefferquote von 75 prozent ist okay ist okay aber ihr lieben das war es dann auch heute schon wieder unspektakulär freut mich dass ihr es trotzdem schaut ich habe dieses jahr keinen anderen Adventskalender ich kriege jetzt noch jeden tag was geschickt von der Linali müsste ich mal gucken ich weiß gerade gar nicht ob ich das für einen vierten schon ne das für einen vierten habe ich noch nicht ne weil ich ja immer einen Tag im Voraus schon aufnehmen muss deswegen kann ich euch das gar nicht zeigen fällt mir gerade auf schade aber macht nichts ich würde mich dann für heute von euch verabschieden morgen gibt es dann das nächste Türchen Opening und damit macht's gut bis morgen tschüss 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 tschüss